Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Viele von euch haben bestimmt das Video gesehen, wo die neue A-Klasse mit ihrem Hey Mercedes Feature zynisch auf die Frage, wie sie zum BMW steht, reagiert. Das Ganze blenden wir euch nochmal hier ein. Hey Mercedes? Ja, bitte? Was hältst du von BMW? Siehen ganz nett aus, aber nur in meinem Rückspiegel. Wir haben auch bei uns zwei neue A-Klassen im Haus und prüfen heute, ob das Feature wahr ist oder ob es nur erfunden ist. Wir sitzen jetzt in der neuen A-Klasse und versuchen es jetzt mal. Hey Mercedes? Was möchten Sie tun? Was hältst du von BMW? Was kann ich für Sie tun? Also, wie wir sehen, klappt es in der A-Klasse nicht. Allerdings ist diese hier auch nicht mit Mercedes Mi verknüpft. Das heißt, wir müssen es jetzt unserer anderen nochmal ausprobieren. Die ist nämlich schon mit dem Mercedes Mi-Konto verknüpft. So, neue A-Klasse, neues Glück. Wir versuchen es jetzt nochmal. Hey Mercedes? Ja, bitte? Was hältst du von BMW? Siehen ganz nett aus, aber nur in meinem Rückspiegel. Wie wir sehen, klappt es. Wir können ja mal schauen, was die zur anderen Konkurrenz zu sagen hat. Hey Mercedes? Ja, bitte? Was hältst du von Audi? Ja, ja, schon in Ordnung. Wissen Sie denn, wer das Auto erfunden hat? Also hat Mercedes zu jedem Autohersteller so seine Meinung. Wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, wir haben wie gesagt zwei A-Klassen. Die eine, in der wir jetzt gerade sitzen, ist sogar unser Vorfühlwagen. Also, wenn ihr euch den Wagen mal anschauen wollt, kommt gerne bei uns vorbei. Jo, fertig. Das ist echt die geile Idee, dass die das so eingefüllt haben.